Ich weiß nicht, was wird sein, aber ich denke, dass der jüdische Book Center mit sehr Programm von Lernen Jungweg und geben sie eine Vielfalt von jüdischkeit und übersetzen die jüdischen Bücher, was ist so wichtig, auf Englisch, als man so kennt, einsetzen von sie, dem Gefühl von jüdischkeit und verstehen, was für eine Kultur es ist gewesen, was für eine wichtige Gruppe es ist gewesen, was hat gearbeitet und gestorben für einen sozialen Vorgang, also soll es eine bessere, schönere Welt sein. Ich denke, mein Vater ist nicht religiös in das, was er als gegangen ist, aber er hat damit ungefähr ein Bödschen, als soll es wissen, was jüdisch ist, wie er soll es tun, was ist. Er hat mir gefragt, denkst du, dass es sagt, etwas wo in Teure, als Gott hat er gemacht, wo er das gemacht hat, wo er es im Ganzen ohne keinem Verzöpenischen hat. Er sagt, dass ihr kemelt nicht, nein. Vor was? Vor was? Vor was? Ich glaube nicht im Ganzen, als Gott hat das gemacht. Nein, nein. Sag, dass du glaubst in Gott. Vor was ist in jüdischen Kultur. Sagt nicht, dass es nicht im Ganzen perfekt ist. Vor was? Der Vater ist vor ein Ticken Euler. Was lernt der jüdischen Kultur? Mehr Arbeit zu verbessern. Gott hat nicht gemacht, als koschere Gräte. Es sei Nassar Sachen, was es fehlt. Er hat das sehr gewollt. Weil die Menschheit darf strömt, darf strömt, es soll werden besser. Das ist mein Glauben, als man lernt, die jungen Menschen, als die Welt ist nicht ganz heilig und glatt als gut. Es ist eine Sachfälle. Und wir dürfen kasseder sehen, was man tut, um besser zu machen, um einen heiligen Platz zu leben. Was meint heilig? Die Menschen sollen gesund sein. Sie sollen kennen tun, was sie wollen tun. Sie sollen genießen von der Gutschkeit. Das ist jüdischkeit. Das ist der Ticken Olam, was mir redet wegen dem. Und das ist, was ich denke, was die jüdische Gruppe da tut. Es voraner so viel gelernte Fertigkeiten, was wir kennenlernen von den Büchern, was sie da sind. Mach es, alle sollen es kennenlernen und sollen es lernen. Und das ist es. Und das ist es. Und das ist es. Eine andere. Das ist sûr, ich bin ein Mann場er. Und das ist nur ich.